Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, liebe Radio-Hörer bei Online-Geistern. Außer jedem Anlass haben wir das Thema kurzfristig geändert zum Homeoffice. Und da sitzen wir auch gleich deswegen auch die etwas andere Audio-Qualität zurzeit. Wir sitzen hier bei mir zu Hause vor einem einzelnen Mikrofon. Sehr kuschelig. Sehr kuschelig, da man ja so stehendig wie möglich gerade mal Kontakt mit vermeiden möchte und deswegen sind auch viele gerade umgestiegen auf Homeoffice. Viele Arbeitgeber bieten es jetzt gerade zum ersten Mal an und das haben wir zum Anlass genommen, darüber zu sprechen. Und wir haben unsere drei Hinweise. Wir geben hier einen ersten Puls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung findet ihr bei Online-Geister.com und im Wiki bei DL-Seminar. Zurzeit trendet gerade auf der Statistikplattform Google Trends unter anderem Corona Homeoffice oder Homeoffice wegen Corona. Genauso auch zum Beispiel Homeoffice mit Kindern, Homeoffice lustige Inhalte, sonst was. Also Homeoffice an sich gerade in dieser Zeit ist ein Thema geworden, was für viele jetzt überhaupt das erste Mal groß geworden ist. Ich muss selbst sagen, ich mit meinem Unternehmen, auch mit meinen beiden Mitarbeitern, also an der Stelle. Hallo Andreas, hallo Pia. Wir haben hier zu jede Folge. Ich hoffe ja. Natürlich der Grüße. Also mindestens freiwillig. Nein, aber wir arbeiten ja schon seit Ewigkeiten Homeoffice. Also wir haben unser Unternehmen basiert auf Homeoffice. Insofern finde ich es jetzt eigentlich schön, dass das mal ein großes Thema wird und jetzt auch ein bisschen die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient, auch mal bekommt. Ist ja an sich nichts Schlechtes. Man kann ja auch, man muss nicht gleich zu einer Katastrophe kommen, dass wir darauf zurückgreifen. Aber erst nochmal mit ein paar grundlegende Sachen klären. Ist Homeoffice erlaubt? Also ja, das waren ja viele, aber was ist denn der Status bas war nicht erlaubt? Also Homeoffice an sich, der rechtliche Status ist nämlich schon immer schwierig gewesen. Also wir müssen da nämlich Kasse unterscheiden, Homeoffice und Telearbeit. Was ist Telearbeit? Homeoffice. Nur der amtliche Name dafür. Ja, also im Amtsdeutschen gibt es kein Homeoffice. Im Amtsdeutschen gibt es den Begriff Telearbeit. Also entfernte Arbeit, der Telefon ist ja entfernte Geräusche. Ja, genau. Ja, okay. Also die ortsunabhängige Arbeit oder die Fernarbeit, da gibt es auch verschiedene Alternative, zeige ich nur dafür, aber nur, dass ihr beide Begriffe mal gehört habt. Homeoffice ist quasi der fancy moderne Ausdruck und Telearbeit ist der amtlich korrekte Ausdruck. Und was den rechtlichen Rahmen angeht, ich kann euch gerne mal kurz aufzählen, welche Gesetze ist in Deutschland, und da gibt es einige, welche Gesetze für Büro und vor allem halt eben auch für das Heimbüro, also eben die Telearbeitsplätze oder eben das Homeoffice, je nachdem ihr es nennen möchtet, welche da gelten. Das wäre zum einen das Arbeitsschutzgesetz, das regelt die Arbeitsbedingungen, Umweltsituationen und da sind vor allem für uns im Homeoffice die Paragraphen 18 und 19 wichtig. Dann die Arbeitsstättenverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung und das Arbeitszeitgesetz. Also lesst euch mal eben schnell alles durch und kommt dann wieder, wir warten zu lange. Und da hatte ich sogar noch ein paar weitere Lesetipps, denn das Arbeitsschutzgesetz bildet eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage für weitere Verordnungen, unter anderem die Arbeitsschutzverordnung zur künstlicher optischer Strahlung, also halt eben Licht von oben beispielsweise. Oder Computerbildschirme. Es gab auch mal eine Bildschirmarbeitsverordnung, die war nochmal extra gewesen, ist aber seit 2016 integriert woanders, aber auch Betriebssicherheitsverordnung, Baustellenverordnung, Lärmvibrationen, Arbeitsschutzverordnung und so weiter und so fort. Wir müssen es nicht im Detail ausklamüseln, das packen wir euch alles mit in die Shownotes, in der allgemeinen Übersicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Grundlagen und das macht bis heute Homeoffice einfach rechtlich schwierig. Weil man im Prinzip zu Hause auch diese Anforderungen erfüllen muss, den Arbeitgeber erfüllen muss. Und zu Hause welche Lichtbedingungen schaffen muss, dass du arbeiten darfst. Ja, also ich bin ja Arbeitgeber. Das heißt, entweder trifft man sich mit seinen Mitarbeitern auf einem gesunden Level, dass man sagt, hier komm, du darfst zu Hause arbeiten, dafür bist du dann für ein paar Sachen verantwortlich, aber es gibt gerade ab einer gewissen Unternehmensgröße natürlich auch entsprechende Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen. Und speziell, wenn ich mir da den öffentlich-rechtlichen Bereich anschaue, also gerade was Ämter und so weiter angeht, die haben natürlich einfach Vorbedingungen. Gerade auch, wenn ich mir da bestimmte Behörden angucke, wie sei das jetzt Rentenversicherung, Polizei und so weiter, die hantieren ja auch mit sensiblen Informationen. Also wenn der Polizist zum Beispiel Akten mit nach Hause nimmt, um die im Homeoffice zu arbeiten, die sind halt zu einem flüchtigen Verbrecher, dann sollte die kleine dreijährige Tochter, die jetzt nicht gerade mit dem Kindergarten schleppen dürfen, also im Sinne von Zugriff davon haben dürfen. Ja, das geht ja schon, das muss ich nicht lernen, doch das heißt, wenn ein Gast mal eben kurz drauf guckt, wenn der jemand zum Essen einlädt und dann, oh, was liegt denn hier? Ach, den kenne ich doch. Also nur ein Beispiel. Also ein von vielen, eins von vielen Beispielen. Genauso auch, wenn ich ans Arbeitszeitgesetz denke, dort spielt ja auch der Punkt Homeoffice eine große Rolle. Das wird momentan auch von vielen Branchen verbinden, beispielsweise Bitkom gefordert, dass diese aktuell sehr starr empfundene Arbeitszeitregelung, dass du halt eben zum Beispiel zwischen zwei Arbeitseinsätzen elf Stunden Pause machen musst, vergleichbares, also so eine Tagesarbeitsregelung, dass es auf so eine Art Wochenarbeitszeit angepasst werden soll, denn gerade im Homeoffice hast du ja manchmal Tage, da arbeitest du vielleicht zehn und zwölf Stunden und an anderen Tagen und dafür gar nichts. Also einfach, was so ein bisschen auch diese Flexibilität der Arbeitsstunden angeht. Das ist ja, da kommen wir später nochmal drauf, einer der großen Vorteile im Homeoffice, dass du nicht den langen Weg zur Arbeit hast. Wenn Leute, die in Leipzig wohnen, alle arbeiten, haben teilweise eine Stunde von Tür zu Tür Anfahrtszeit. Ja, oder ich habe das doch allein mit meiner Frau schon mehrfach gehabt, die in Greifswald lange Zeit gearbeitet hatte und schon einen offiziellen Wohnsitz hier hatte, natürlich dort einen Dienstwohnen hatte, aber allein schon für Pendler eben generell. Sie hatte da locker viereinhalb, fünf Stunden Anfahrtsweg gehabt nach Greifswald drüber, ohne dort zu wohnen. Und dankenswerterweise gab es halt auch Homeoffice-Möglichkeiten, sodass ich zumindest ein bisschen was von ihr mal hatte. Ja. Und da sind wir einfach beim rechtlichen Rahmen insgesamt. Also der Gesetz, da packe ich euch rein, am wichtigsten für uns hat die Arbeitsstättenverordnung, weil es dort halt eben direkt mit der Arbeitsstätte an sich Auseinandersetzt wird. Und vielleicht erstmal, was ist an sich überhaupt? Erstmal Homeoffice, da mal kurz. Schauen wir in den Duden, da fehlt alles wunderschön. Telearbeit, auch modern Homeoffice. Heimarbeit, bei der der Arbeitnehmer über ein elektronisches Kommunikationsnetz mit dem jeweiligen Arbeitgeber verbunden ist. Internet zum Beispiel. E-Mails. Oder Telefon, ganz schlecht. Telefon, ist ja auch elektronische Kommunikation. Also da wird sehr breit das Ganze definiert. Aber halt eben der Punkt ist halt Heimarbeit. Das muss nicht zufassweise zu Hause sein, den eigentlichen Verwenden. Da gibt es auch Coworking Spaces, Cafés, sonst was. Das ist auch bei dir zu Hause und mir zu Hause. Aber ich sitze bei jemandem zu Hause auf jeden Fall. Aber Coworking Spaces sind ja auch so ein Beispiel. Die gelten dann zwar normalerweise nicht als Homeoffice, aber würde halt auch ein Telearbeitsplatz natürlich sein. Ich weiß von der Fraunhofer-Gesellschaft, die beispielsweise bei uns in der Stadt auch verschiedene Telearbeitsplätze in einem Coworking Spaces anbieten. Also das wäre dann auch nicht Homeoffice in dem Sinne, aber halt eben auch nicht vor Ort im Büro in der Gesellschaft. Also generell erstmal alles, was nicht in einer Firma ist, beim Arbeitgeber direkt ist, sondern das kann woanders sitzen. Genau, außerhalb des Betriebsgeländes, muss man so zu sagen. Und da gab es auch gleich so die Frage, die uns beschäftigt hat, warum ist es eigentlich auch vor Corona überhaupt beliebt gewesen? Denn aktuell, das ist ja extrem im Kommen. Einfach durch viele Verfügungen und einfach auch Unternehmen, die halt sagen, hier komm, du musst ja nach Hause gehen und wir haben dann mal geschaut und bei Social Media Statistik die auch eine ältere Grafik, Infografik gefunden. Es war auf jeden Fall nicht schon im Umlauf, denn 41% der Befragten sagen, dass sie pro Woche einige Tage zu Hause sind und davon aus, dass sie zu Hause arbeiten. Ja, also halt eben so ein Teilzeitarbeiten wäre das an der Stelle. Also paar Tage im Büro, paar Tage zu Hause, aber trotzdem arbeiten. 28% sind nur im Büro, 21% sind nur zu Hause. Und der letzte Punkt musst du mir mal erklären, 10% sagen, bin bereits in die Note. Also ortsunabhängig tätig. Ach so, dass sie komplett wirklich, egal, nicht nur von einem Punkt zu Hause oder einem Coworking Space aus arbeiten, sondern ständig wechseln, hier im Café, da an der Bahn. Also dass sie prinzipiell ortsunabhängig arbeiten. Also sei das jetzt auch kein Arbeitgeber hat, wo sie hin könnten, wie Freischaffende zum Beispiel, Künstler. Beispielsweise, das ist bei mir im Unternehmen beispielsweise auch so. Ich meine, wir haben offizielle Arbeitsstätten, Betriebsgelände in dem Sinne. Aber halt in klassischem Verständnis ist das kein Büro. Also meine Mitarbeiter verbringen auch die meiste Zeit klassisch im Homeoffice bei sich. Also es gibt für uns Verständnis, wir haben zwar eine offizielle Adresse mit allem Pipapo, weil man das in Deutschland braucht. Aber wir haben keine Büroräume in dem Sinne, wie man das klassischerweise kennt. Rechtlicher Status ist das eine. Praktisches Verständnis ist dann natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Denn rechtlich müssen wir natürlich diese ganzen Vorbedingungen erfüllen. Aber rein praktisch, wir arbeiten ortsunabhängig, wir arbeiten remote. Und das ist auch nach einer weiteren Studie, das sind Daten von Bitkom, die bei der Frankfurter allgemein veröffentlicht wurden. Ist das gerade für mich zum Beispiel, ich bin ja Selbstständiger, ich bin auch Freiberufler, da ist das sowieso ganz normal, dass ich, wenn ich das gelegentlich Homeoffice nutze. Selbstständige Freiberufler nutzen Homeoffice und davon 53% regelmäßig. Bei Angestellten ist es nur 51%, 23% regelmäßig. Und Beamten dann nur 43%, 29% davon regelmäßig. Und 22% aller Arbeiter nutzen Homeoffice. Wobei ich mir das nicht schwer vorstellen kann, wenn du... Also ich denke mal an Bildschirmarbeit, also dass ich halt Sachen schreibe, Sachen, Videos schneide, bearbeite oder eben Leute berate, dass es erst von zu Hause ausgeht. Wie machen Arbeit der Homeoffice? Die nehmen dann den Tisch nach Hause und schreien dann den da? Gibt es manchmal als Optionen. Ich denke, das ist aber eher so ein klassischer Handwerker im Bürobereich. Also mal die, zum Beispiel die Angestellte im Handwerksbetrieb, die das Büro macht, die kann ja auch zum Beispiel zu Hause die Rechnungen fertig schreiben oder sowas. So auf dem Level. Jetzt aber halt die Frage, was man da mit Arbeiter an der Stelle halt alles zusammenfasst, denn da wird ja zwischen Angestellten und Arbeitern zum Beispiel auch unterschieden. Aber ich glaube, es wird sehr deutlich, also vor allem halt im selbstständigen Bereich ist Homeoffice verbreitet. Kann ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen, weil uns als Selbstständigen... Wir haben auch meistens nicht das Geld, gerade am Anfang, nicht das Geld, uns irgendwie ein Büro zu leisten. Und dann wird halt eben erstmal bei Mutti zu Hause im Kinderzimmer oder in der Wohnung und das Ganze halt einfach umfunktioniert zum Büro. Das ist auch erstmal völlig normal. Natürlich, also ich kriege kein Geld dafür, aber wenn ich an Hausarbeiten schreiben muss, dann mache ich das zu Hause oder in der Bibliothek. Da habe ich auch kein Büro, wo ich mich hinsetze und das nur über Hausarbeiten ist. Was aber auch ganz interessant ist, also sind jetzt auch vor Corona Daten an der Stelle fürs Homeoffice, denn dieser gesamte Bereich Homeoffice ist jetzt halt eben auch stärker um hoch. Machen wir nächstes Jahr nochmal die Sendung, gucken uns dann neue Statistiken. Dann können wir sogar mal dann vergleichen, wie viele drei geblieben sind. Das wird spaßig. Wann wir nächstes Jahr noch? Ja, wie übersteht das? Das sind jetzt Daten, die auf Bitkom, dem RT-Branchenverband und Toluna, einem Insights-Statistik-Unternehmen, basieren. Und da zum Beispiel auch wurde gesagt, jedes dritte Unternehmen setzt, das ist etwa ein, zwei Jahre alt, die Daten, setzt bereits auf Homeoffice. 2014 hatten noch 72% der Unternehmen gesagt, dass sie kein Homeoffice anbieten und 20% haben gesagt, dass sie es anbieten. Und zu 2015 hatte sich das bereits dann durchaus schon bemerkbar verändert. 61% sagen jetzt nur noch nein und 30% bieten Homeoffice an. Also Unterschied von immerhin 10% jeweils. Also 10% weniger bieten keins an und 10% mehr bieten eins an. Und das war 2015. Also fast ein Drittel der Unternehmen hat 2015 schon Homeoffice angeboten. Und 43% aller Unternehmen erwartet auch, dass der Anteil an Homeoffice-Mitarbeitern in den kommenden fünf bis zehn Jahren weiter steigen wird. In welchem Jahr ist es jetzt die Studie? Das war etwa 2016 gewesen. Also ein bisschen älter, aber für einen historischen Vergleich ganz interessant. Also in den nächsten ein bis sechs Jahren noch, wenn man da weiter rechnet. Und ja, wir hatten recht, wir dafür Homeoffice steigen. Aber auch das Interessanteste, das spricht aus Unternehmenssicht gegen Homeoffice, sagen immerhin auch 39% gesetzliche Regelungen. Wobei die meisten dann befürchten, einmal 46% sinkt eine Produktivität und 63% ungleichbehandlung soll vermieden werden. Also dass man halt eben nicht so eine Art Zwei-Klassengesellschaft aufmacht. Das wird momentan ja auch stark diskutiert. Sondern wo die, die es sich leisten können, dürfen, die gehen ins Homeoffice und die, die nicht können, wie eben Bauarbeit etc., die haben auch Pech gehabt. Die müssen halt immer auf Arbeit kommen. Aber was immer auch passieren wird, denkt daran, dass alles vergeht. Nächstes für ewig. Und das ist auch aus dem wunderbaren Musical Avenue Q die Schlussmoral des WCOMES. Vor allem im gesamten Avenue Q-Cast, For Now. Why does everything have to be so hard? Aus dem Musical Avenue Q, der letzte Song, For Now, denn denk dran, egal wie schlimm es wird, alles geht vorüber, wir schaffen das. Es kann nur besser werden. Auf jeden Fall. Unter anderem im Homeoffice. Wir haben gerade sehr viel über die Grundlagen von Homeoffice gesprochen. Was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile von Homeoffice? Das ist jetzt ganz konkret für den Arbeitnehmer jetzt mal. Du bist auch Arbeitgeber, du musst zu Hause noch arbeiten. Ich muss eigentlich sogar sehr viel arbeiten an der Stelle. Und da ist Homeoffice für mich eigentlich wirklich ein sehr vorteilhaftes Ding. Ich bin seit Jahren eigentlich Fan von dem Ganzen. Und kann für mich sagen, also die größten Vorteile, die ich sehe, sind halt eben eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Ich muss halt eben nur dann arbeiten, wenn ich was arbeiten muss. Und dann habe ich halt einen sehr kurzen Arbeitsweg. Da habe ich gleich zweiten Vorteil. Kurz bis gar keine Arbeitswege. Also wenn ich halt eben digital etwas machen kann. Ich hatte diese Woche zum Beispiel einen Online-Kurs zu leiten. Und da war mein Arbeitsweg gewesen vom Schlafzimmer ins Büro. Also in mein Homeoffice-Büro. Ich habe da schon einen eigenen Raum für. Aber das ist halt immer ganz angenehm. Und ebenfalls großer Vorteil, wenn es halt eben Quarantäne bei Krankheiten oder sonstigen Situationen gibt. Also du jetzt zum Beispiel selbst krank bist, dann kannst du natürlich auch hervorragend wenig Leute damit anstecken im Homeoffice. Also einfach schon zum Schutz der anderen Menschen. Oder halt auch so ein bisschen zum Auskurieren. Denn es ist ja schon etwas weniger Anstrengung, sich ins Büro zu setzen. Und vielleicht in einer zehnminütigen Pause mal auf die Sofa zu pflanzen. Ein bisschen auszuspannen, als halt eben sonst wie viele Kilometer mit Auto, Zug, Fahrrad zurückzulegen. Das ist auch damit zusammenhängend eine gewohntere Umgebung. Also viele finden es glaube ich angenehmer, einfach die ganze Zeit in der für sie gewohnten Umgebung arbeiten zu können. Also wenn wir diesen Arbeitgeber wechseln, wir haben zwei Jahre lang mit einem in einem Büro gearbeitet. Plötzlich kommen so ein neues Büro und dort ist alles anders. Wenn du zu Hause einen Arbeitgeber wechselst, wenn du den gleichen ähnlichen Job machst, von dir auch zu Hause auch machen kannst, aber für einen anderen Auftraggeber in dem Sinne hast, dass du in der gewohnte Umgebung, du hast dein Badezimmer, musst du lieber 50 anderen Leuten ein Blöde teilen, was für viele auch ausschlaggebend ist. Ja und vor allem auch der Tagesablauf ist ja weiterhin mehr oder weniger der gleiche, dass du halt eben deine gewohnte Umgebung, wie es Tristan schon gesagt hat, hast und damit dann eben arbeiten kannst. Also es ist nicht so ein krasser Bruch auch einfach, wenn sich was ändert. Aber kein Licht ohne Schatten, Nachteile gibt es auch. Ja, Nachteile gibt es natürlich auch. Also was erst offensichtlich ist, ist, dass du nicht vor Ort bist. Es gibt keine persönlichen Absprachen mehr oder so sehr sehr umsetzbar. Du musst halt jedes Mal anrufen, eine E-Mail schreiben, sonst was machen. Falls ihr mal eben kurz zum Kollegen, zum Teamleiter hingehen und fragen, wie das denn abläuft, irgendwelche Absprachen eben treffen, das wird schwieriger. Aber in dem Sinne, man kann auch die zwischenmenschliche Kommunikation natürlich extrem leicht verloren gehen. Also Absprachen, das habe ich bei mir im Team zum Beispiel gemerkt, wir sind ja komplett remote tätig allesamt. Absprachen sind verdammt wichtig. Die sind nicht immer notwendig. Es gibt auch viele sinnlose Meetings, die man abhalten kann. Aber ich habe gerade bei uns im Team gemerkt, deswegen haben wir auch seit Jahren schon Weeklies und Dailies eingeführt, also halt eben Wochen- und Tagestermine, dass wir uns mindestens einmal am Tag, mindestens einmal in der Woche, je nachdem, in einem kurzen oder etwas längeren Rahmen einfach mal miteinander treffen, absprechen, falls bei irgendjemandem gerade der Schuh drückt oder halt irgendwelche Projekte ein bisschen hängen, dass einfach dieser Austausch da ist. Der muss am Anfang auch erstmal so ein bisschen erzwungen werden, denn ansonsten kann gerade so ein ortsunabhängendes Team sich ganz schnell zerfasern. Worauf man als letzten Punkt außerdem achten muss, ist, dass die technische Infrastruktur im Homeoffice vorhanden sein muss. Internetanschluss, die Endgeräte, irgendwas zufüllen, deine Arbeit brauchst. Mein Arbeitgeber, ich bin ja jetzt im Core-Center vom ADAC, ich mache Bannenhilfe, seit Anfang des Jahres und die Kam ist Rundmüll, die bieten Homeoffice an, aber wir müssen halt die Rechner, die vor Ort sind, nach Hause nehmen und die uns anschließen, über VPN ins Firmennetzwerk einschließen, damit wir halt zu Hause die Pannentelefonie machen können und die Fälle entsprechend an die Kollegen in den Einsatzteams, in die gelben Engel, weitergeben können. Und das ist halt schon mal ein ganz schöner Aufwand, dass du das ganze Gerät mitschleppst, zu Hause anschließen musst, aufbauen musst, der damit dazukommt. Und dann können wir gut vorstellen, dass es da nicht bleiben kann, wenn der Bedarf nach Homeoffice in der Gesellschaft jetzt gerade wieder zurückgeht, dass ich erst wieder zurückschleppen muss. Und wenn Leute aufwendigere Berufe haben, mein Core-Center geht ja noch, mit Leuten telefonieren, die müssen sich alles anschaffen. Bei einem Arbeitgeber ist in der Regel alles da, der hat dafür zu sorgen, dass du arbeiten kannst. Wenn du zu Hause sitzt, musst du dafür sorgen, dass du arbeiten kannst. Das führt mich auch noch zu zwei kleinen Punkten mit dem Nachteil. Du musst selbst dafür sorgen, dass du arbeiten kannst. Da sind wir dann auch bei unserem dritten Hauptthema. Wie kann ich überhaupt Homeoffice machen? Disziplin. Ja, die Disziplin muss dabei sein. Und ebenfalls ganz, ganz wichtig, der Arbeitgeber muss das Ganze überhaupt erst mal erlauben. Und das ist halt gerade auch im öffentlichen Bereich ganz, ganz schwierig. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit Polizei und sowas gehabt. Du hast ja auch schon gesagt, ihr braucht bei euch eine VPN-Verbindung. Also halt auch verschiedene technische Hürden müssen ja erst mal überwunden werden, bevor so ein Homeoffice umgesetzt werden kann. Die teilweise aber aus gutem Grund da sind, auch wenn jetzt jeder Zivilist von zu Hause Pannenfälle einfach eintippen könnte und das Straßenwachtfahrer mal erzählen, irgendwo hinschickt, wo kein Auto steht, wäre schon ein bisschen blöd. Ja, aber ich sage nicht, dass das sinnvoll ist. Also ich sage, es ist aber halt eben schwieriger dann für vieles in der Umsetzung. Da tüffeln wir zum Beispiel gerade bei unserem Startup der Seminar genau an Plattformen dafür, also sei es für Krankenhäuser, Kliniken, Ämter und sowas. Die hat eben vieles nicht machen dürfen. Die können nicht einfach, kann ihr Cloud bei Dropbox anmelden oder über YouTube oder sonst was. Ich meine, viele machen es, aber damit seid ihr da draußen, wenn ihr in irgendeinem öffentlichen Verwaltungsbereich tätig seid, damit seid ihr sehr, sehr angreifbar und quasi schon mit einem Fuß im Knast. Denn es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt bei irgendwelchen US-amerikanischen Diensten, da könnten wir auch mit Google, Facebook oder sonst was einfach argumentieren, dass da halt eben Inhalte reingestellt werden. Ob ihr das jetzt macht oder dass irgendeine Mafiosi weitergebt, rein rechtlich ist es halt eben, dass interne Informationen ungesetzlich weitergegeben werden. Also ihr macht euch der mindestens Mittäterschaft bei solchen Sachen schuldig. Und das kann auch fies hinken. Naja, aber muss es ja nicht. Kann man für den normalsterblichen, normalsterblichen gibt es doch, aber den typischen Angestellten, der hantiert ja jetzt nicht mit so, wenn sich mit Daten zu jeder Zeit wie jede Hände fallen können. Du machst ja seit Jahren praktisch nur Homeoffice. Ja, aber ich habe auch entsprechende Sicherungen eingebaut, dass ich auch auf so einem Level arbeiten kann, prinzipiell auch mit Bundesbehörden kooperieren kann, dass eben meine Daten komplett sicher sind. Ich meine, allein wenn ich an meine Steuererklärung denke, ich habe eine Steuerberater und wenn ich dem Sachen rüberschicke, dann sollte es natürlich auch nicht einfach nur irgendwie dumm die Idee passieren, sondern natürlich auch möglichst gesichert, denn das sind ja steuerrelevante Informationen, die der da bekommt. Ich wollte eigentlich überleiten zu dem nächsten Punkt, worauf man noch alles acht muss im Homeoffice. Wie schaffst du es, im Homeoffice effizient zu arbeiten, ohne Ablenkung, ohne, ja, dass du fit bleibst? Also ich selbst bei mir im Homeoffice, ich mache das Ganze ja seit inzwischen 2011, also mit Datum heute bald neun Jahre, kann sagen, das Wichtigste sowieso war das Thema Zeitmanagement und hat eben eine konkrete Strategie, sich bereit zu hängen. Also mit anderen Worten, Leute, macht euch einen Plan und strukturiert diesen Plan. Also ordnet euch diesen Plan in Häppchen zusammen. Da gehen wir auch in unserer Folge zum Thema Zeitmanagement drauf ein. Das ist aber später im Podcast. Aber das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ihr habt am Tag, wenn ihr acht Stunden Arbeitszeit habt, habt ihr nur diese acht Stunden. Das mag erst mal viel Zeit klingen, aber diese acht Stunden müssen halt eben auch mit Arbeit selbstständig gefüllt werden. Das ist auch ein paar Leuten, die halt normalerweise nicht Homeoffs gemacht haben, die dann halt mal eine Weile da tätig waren, mit denen hatte ich dann gesprochen. Die haben auch gesagt, das ist für sie so sehr, schwierigste Part war halt eben eine Struktur reinzubringen, eine zeitliche Struktur. Du sitzt ja jetzt schon mal zu Hause und du hast Netflix, also diese Zeichen. Du kannst ja eben schnell eine neue Folge und die gucken. Eben nicht. Aber das ist genau dieser Punkt. Viele machen das halt. Also deswegen vielleicht an der Stelle Christans Kurzfassung. Was sind meine an der Stelle Tipps, die ich geben kann? Erstens, holt euch einen eigenen Raum oder zumindest einen abgeschlossenen Bereich als Homeoffice. Also das hilft einfach der Fokussierung. Zweitens, Arbeit ist Arbeit, keine Ablenkung davon. Hashtag Prokrastination. Dann wird die Arbeit weggeräumt, abgeschlossen. Man muss auch einfach mal Freizeit machen können. Das ist genauso wichtig für die Erholung. Und das ist nämlich auch am wichtigsten, vierter Tipp, Gesundheit. Also macht Pausen, macht auch ganz wichtig, Sport. Denn das ist so das größte Problem, was ich sehe im Homeoffice. Ich habe einen Arbeitsweg von unter zehn Metern und ich hocke die meiste Zeit am PC. Und wenn ich die Gelegenheit habe, versuche ich mehrmals in der Woche zu klettern, zu schwimmen, mich einfach zu bewegen und aktiv was zu machen. Also, wie gesagt, nochmal Zusammenfassung, eigenen Raum oder abgeschlossenen Bereich suchen, Arbeit als Arbeit behandeln, diese von der Freizeit trennen und achtet auf eure Gesundheit. Macht Sport. Es ist so simpel am Ende. Bewegt euch einfach, macht wirklich was. Kommt ins Schwitzen, das ist am Tag wichtig. Also, auf eine Gesundheit achten, wenn ich nur Homeoffice drauf achten, da sollte man immer drauf achten. Prinzipiell. Prinzipiell aber gerade im Homeoffice. Ja, gerade im Homeoffice. Also, ich habe, wenn ich jetzt zu Hause, wenn ich zur Arbeit gehe, 20 Minuten Fußweg. Da habe ich zumindest jeden Tag schon mal 40 Minuten, die ich mich bewege. Die hast du halt nicht, wenn im Homeoffice sitzt. Definitiv nicht. Und deswegen ist halt gerade diese Bewegung zu bekommen, der Mensch ist an sich dafür ausgerichtet, am Tag mindestens zehn Kilometer zu laufen. Und das hast du bei sowas definitiv nicht. Das ist der große Nachteil, aber mit dem kann man dann auch entsprechend umgehen. Also, wie viele von uns laufen jeden Tag zehn Kilometer? Jetzt noch. Jäger und Sammler. Ja, das ist aber auch ein besonderer Lifestyle. Wer auf jeden Fall immer im Homeoffice arbeitet und das auch perfektioniert hat, wie ich finde, ist Gavin Dunn mit seinem Musikprojekt Miracle of Sound. Der schreibt nämlich nur von zu Hause seine Musik. Tritt leider auch nicht live auf, aber dennoch, wenn wir nur zu Hause sitzen, sind wir niemals allein. Und deswegen von Miracle of Sound Never Alone. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 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 We're sisters and we're brothers But we're never ever gonna make it better alone No, we're never ever gonna make it better alone Tearing down the walls Listen to each other Hope is there inside us all We're sisters and we're brothers But we're never ever gonna make it better alone No, we're never ever gonna make it better alone No, 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 never alone now We are not yet gone No, 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 never alone You're never alone No, 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 never alone No, 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 never alone now No, 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 no Come back together Come back together So many lonesome hearts Come back together And we will never be apart again You're never alone Miracle of Sound mit Never Alone vom letzten Album Level 10, Level 10, was 2019 veröffentlicht hat. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Und das heißt... Online-Geister. Feedback. Das Feedback. Aktuell hierzu nicht, weil wir die Folge natürlich kaum ankündigen konnten. Ja, total. Aber wie immer, Show Notes, Infografiken und mehr findet ihr bei uns auch im monatlichen 2-Minuten-Briefing unter online-geister.com-newsletter. Dort könnt ihr uns auch immer Feedback schicken. Dort hatte ich vor kurzem zum Beispiel auch eine kleine Verlosung gemacht für die Digital X East Konferenz in Berlin, die aktuell erst einmal verschoben worden ist. Aber gerade für solche kleinen Gimmicks, abonniert mal, hört rein. Ansonsten alles zur Folge findet ihr unter online-geister.com ist schrägstrich Folge 046. Die größte Folge ist das gewesen über das Thema Homeoffice. Und das war es auch schon wieder für heute. Genau. Tristan, hat mich gefreut bei dir und deinen Heiligen Hallen. Hat mich auch sehr gefreut. Bleibt gesund, Leute. Auf Wiederhören. Und wir hören uns das nächste Mal. Dann geht es um das Thema Zeitmanagement. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Auf Wiederhören. 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 Auf Wiederhören.